Das war der erste richtig vernünftige Angriff der Gastgeber. Haben sie schön gespielt über Achenbach, der da zu viel Platz hat, weil Schröck nicht aufpasst, weil er da aushelfen musste. Und dann ist das natürlich technisch klasse, was Benjamin Auer macht. Stieber leitet das Ganze ein, zieht Schröck raus, dann hat Achenbach freie Bahn, der ehemalige Vierter. Und dann einfach mal den Ball über den Fuß rutschen lassen, wie das Benjamin Auer macht. Karaslavov ohne Chance da irgendwie noch zu stören und Alexander Walke kann nur hinterher schauen, kassiert seinen ersten Gegenwart.